Nowa Ruda ist eine Stadt in der Wojewodschaft Niederschlesien in Polen. Sie gehört zum Powiat Klotzki und ist Sitz der gleichnamigen Landgemeinde. Zur Stadtgemeinde Nowa Ruda gehören unter anderem auch die ehemals selbstständigen Ortschaften Kulno, Drogoslav und Slapich. Geografie Nowa Ruda liegt im Nordwesten des Glatzer Kessels am Rand des Eulengebirges. Die Oberstadt mit Ring, Schloss und Pfarrkirche liegt am steilen linken Ufer der Velocica. Die rund 50 Meter tiefer liegende Unterstadt liegt im Waldizdal, Geschichte der Stadt. Die Geschichte der Stadt Nowa Ruda und ihrer politischen und kirchlichen Zugehörigkeit ist eng verbunden mit der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Glatz. Zu der Neurode gehörte, das Gründungsjahr von Neurode ist nicht bekannt. Es entwickelte sich allmählich aus einer Handwerkersiedlung in der Vorstadt, wo schon sehr früh die Heiligkreuzkirche bestanden haben soll. Die auch als Wallfahrtsstätte bekannt war, erstmals erwähnt wurde Neurode 1337 im Zusammenhang mit einem Kirchenpatronat. 1347 war es im Besitz des Grundherrn Hannus Wuschdehube, der 1352 dk Sekunden Städtchen Nevenrode, zusammen mit den Dörfern Hausdorf Königswalde, Kunzendorf, Ludwigsdorf und Wolpersdorf an Hänzel von Donin verkaufte. Für das Jahr 1363 wird eine Pfarrkirche genannt. Während der Hossidenkriege wurde Neurode mehrmals überfallen und in Asche gelegt. 1434 erhielt es von seinem Grundherrn Stadtrechtsgrundsätze. Nach dem Tod des Friedrich von Donin 1467 fielen Neurode und Mittelsteine als erledigtes Lehn an den böhmischen König Georg von Podiprat. Dieser schenkte sie aus Dankbarkeit für geleistete Dienste dem Georg Stillfried Ratunitz mit der Bedingung, eine der Schwestern des verstorbenen Friedrich von Donin zu Ehrlichen bestätigte Herzog Heinrich D. E. von Münsterberg, der damalige Lehnsinhaber der Grafschaft, gelatzt die Schenkung. Mitte des 16. Jahrhunderts nahmen die Herren von Stillfried die Reformation an und stellten einen evangelischen Prediger an. Obwohl die Herren von Stillfried im böhmischen Aufstand auf der Seite des Winterkönigs Friedrich von der Pfalz standen, büßten sie nach der Schlacht am Weißen Berge nur wenige Güter einkehrte Bernhardi. Stillfried im Zuge der Gegenreformation zum katholischen Glauben zurück und konnte so einer schweren Bestrafung entgehen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Neurode zerstört, zudem wütete 1633 die Pest, an der in Neurode und Umgebung fast 1000 Menschen starben. 1742 mit dem Frieden von Berlin, der nochmals mit dem Hubertusburger Frieden von 1763 bestätigt wurde, fiel Neurode zusammen mit der Grafschaft Gelatz an Preußen. Die nachfolgenden Reformen des Freiherrn Karl vom Stein führten dazu, dass die Grundherren weitgehend entmachtet wurden. Aus Verärgerung darüber und auch wegen finanzieller Schwierigkeiten verkaufte Friedrich August Stillfried 1810 die Herrschaft Neurode an Anton Alexander von Magnis auf Eckersdorf. Da wegen der bestehenden Schulden bereits eine Zwangsverwaltung angeordnet war, konnte die Übertragung der Güter an die Herren von Magnis, die auf ihrem Schloss in Eckersdorf residierten, erst 1821 erfolgen. Das Neurode-Schloss nutzten sie als Sitz der Güterverwaltung, ab 1899 als Sitz der Bergbauverwaltung. 1854 bis 1932 war Neurode, Durchteilung des Kreises Gelatz, Sitz des Landkreises Neurode. Erst 1879 konnte die Eisenbahnverbindung mit Gelatz eröffnet werden, ein Jahr später folgte die Verbindung mit Waldenburg. Für die Realisierung dieser Strecke wurde über den Schwarzbachgrund damals Deutschlands höchster Eisenbahnviadukt errichtet. Um 1900 kam die private Eulengebirgsbahn hinzu. 1930 und 1941 wurde das Neuroder Revier durch zwei Bergbaukatastrophen erschüttert. Am 7. Juli 1914 erstickten auf dem Kurtschacht der Grube Wenceslaus in Hausdorf 151 Bergleute in einem Kohlensäureausbruch. Ein noch größerer Kohlensäureausbruch tötete 187 Bergleute am 10. Mai 1941 in der Rubengrube von Kohlendorf. Im Zweiten Weltkrieg blieb Neurode von Kampfhandlungen und Zerstörungen verschont. Als Folge dieses Krieges wurde die Stadt 1945 Teil Polens und in Nowaruda umbenannt. Obwohl es auch tschechoslowakische Gebietsansprüche auf das Neuroder und Waldenburger Bergbaugebiet gab. Erster polnischer Bürgermeister war Edward Mienik. Die neu angesiedelten Bewohner waren teilweise Heimatvertriebene aus Ostpolen. Die deutsche Bevölkerung wurde, soweit sie nicht schon vorher geflohen war, 1946 und 1947 größtenteils vertrieben. Nicht ausgewiesen wurden zahlreiche Deutsche, die für das Funktionieren der Wirtschaft unverzichtbar waren. Dabei handelte es sich überwiegend um Facharbeiter des Bergbaus, die für die Förderung der Kohle benötigt wurden. Die meisten von ihnen konnten Ende der 1950er Jahre im Wege der Familienzusammenführung in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen. Von 1954 bis 1975 war Nowaruda Sitz des Powiat Noworudzki. Anschließend gehörte es bis 1998 zur Wojewotschaft Walbschig. Wirtschaftliche Entwicklung Bereits sehr früh entwickelte sich in Neurode die Tuchmacher-Ei. Die Neuroder Wollenweber erhielten 1360 eine Satzung, für 1404 ist die Zunftordnung der Schuhmacher, für 1416 die Zunftordnung der Tuchmacher nachgewiesen. Um 1600 lieferten die Tuchmacher ihre Erzeugnisse in verschiedene Länder der Habsburger Monarchie, um 1800 sogar nach Italien, Russland und in die Türkei gab es in Neurode 450 Tuchmacher-Meister. Von Bedeutung war zwischen 1780 und 1803 auch die Leinenherstellung. Im 19. Jahrhundert entstanden in und um Neurode mehrere Textilfabriken. Ab dem 19. Jahrhundert war Neurode ein bedeutender Mittelpunkt des gleichnamigen Bergbaugebietes. Neben Steinkohle wurden Eisenetz, Kupfererze, Schiefer und Gold abgebaut. Die Magnisische Bergverwaltung, die seit 1899 ihren Sitz im Neuroder Schloss hatte, wurde 1901 in die Gewerkschaft Neurodakohlen und Tonwerke umgewandelt. Diese ging 1921 in den Besitz der Berliner Linke Hofmann Lauchhammer AG über. Durch den Bergbau ergab sich eine starke industrielle Entwicklung, die die Ansiedlung weiterer Unternehmen und damit einen wirtschaftlichen Aufschwung sowie eine Verbesserung der Infrastruktur zur Folge hatte. Die Bevölkerungszahl stieg stark an. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Bergbau zunächst umfangreich weitergeführt. Wegen Absatzschwierigkeiten wurden die Kohlegruben in den letzten Jahrzehnten stillgelegt. Die letzte Zeche wurde im Jahre 2000 geschlossen. Sehenswürdigkeiten Das Rathaus wurde 1892 bis 1894 nach Plänen des Architekten Ewald Berger in Stil der Neurenaissance errichtet. Die Fassade trägt die Embleme der Gilden der Tuchhändler, der Textilindustrie und des Bergbaus. Die Laubengänge der Bürgerhäuser stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise dem Verfall preisgegeben. Die Pfarrkirche St. Nikolaus wurde anstelle der 1567 erbauten ursprünglich evangelischen, seit 1624 katholischen Kirche errichtet, die 1884 abgebrannt war. Sie wurde nach Plänen des Breslauer Diözesanbaumeisters Josef Ebers 1885 bis 1890 im neugotischen Stil erbaut. Der stilgleiche Hauptaltar Das Gorgestühl und die Kanzel wurden von dem in Schlany geborenen Architekten Josef Elzner entworfen und aus seinen Münchner Werkstätten geliefert. Das Hauptaltarbild des H. L. Nikolaus und die Gemälde der Seitenaltäre schuf der Glatzer Hieronymusrichter, die ornamentalen Malereien J. Krachwitz aus Frankenstein. Die nördlich der Kirche stehende neugotische Grabkapelle wurde 1898 ebenfalls nach Entwurfe des Diözesanbaumeisters Josef Ebers errichtet. Die Heiligkreuzkirche wurde 1726 an der Stelle der ältesten Pfarrkirche errichtet. Die Maria-Himmelfahrtskirche ist auch unter der Bezeichnung Brüderkirche bekannt. Sie wurde um 1500 als damalige Pfarrkirche Sankt Nikolaus unter dem Patronat der Gutseigentümer errichtet. Das Patrozinium und die Funktion als Pfarrkirche wurden 1567 auf die neue evangelische Kirche der Oberstadt übertragen, die seit 1624 als katholische Kirche diente. Erst mit der Übertragung an die Bruderschaft Heimsuchung Marie erhielt sie das Patrozinium Maria-Himmelfahrt. Die Kirche wurde mehrmals umgebaut und renoviert. Der Hauptaltar Marie erheimsuchung ist von 1694 der Seitenaltar des HL. Johannes von Nepomuk aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Kirche wurde 1991 grundlegend renoviert. Die Wallfahrtskapelle Sankt Anna auf dem Annaberg wurde 1644 durch Bernhard von Stillfried anstelle einer während der Reformation abgerissenen Holzkapelle von 1515 errichtet. 1662 bis 1665 erfolgten Umbauten vermutlich nach Plänen von Andrea Karove. Das geschnitzte Gnadenbild der Anna Seltritt ist von 1495. Der Hauptalter stammt aus dem 17. Jahrhundert. Schloss Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1352. Nach den Zerstörungen in den Hossitenkriege wurde es 1428 bis 1464 als Vierflügelanlage wieder aufgebaut. 1663 erfolgte ein barocker Umbau mit Gratensaal und Repräsentationssaal. 1796 im frederizianischen Stil umgestaltet. Seit 1821 diente es den Herren von Magnis als Sitz der Güterverwaltung, seit 1899 als Sitz der Bergverwaltung. Das Oberwalditzer Schloss wurde 1598 für Bernhard von Stillfried Ratonitz errichtet und nach einem Brand 1823 wieder aufgebaut. 1860 erfolgte ein Umbau im spätklassizistischen Stil mit Elementen der Tudor Neugothic. Söhne und Töchter der Stadt Petrus Kalaminus evangelischer Theologe Thaddeus Konrad reichstagsabgeordneter Josef Zenker historienmaler Franz Eckert schöpfer der aktuellen japanischen Nationalhymne Joachim Graf von Pfeil und Klein-Elgut deutscher Afrika-Forscher Hans Seger, Prähistoriker, Ernst Seger, deutscher Bildhauer und Schöpfer des Neuroder-Kaiser Wilhelmi, Denkmals Friedrich Keißler, deutscher Schriftsteller Josef Wittig, deutscher Theologe, Schriftsteller und Heimatforscher Heinrich Wolf, deutscher Architekt Hans Albrecht Freiherr von Rechenberg, deutscher Politiker Fritz Jung, deutscher Prothetiker und Professor an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Werner Steinberg, deutscher Schriftsteller Ursula Benedikts Politikerin Joachim Reinelt, emeritierter Bischof von Dresden-Meißen Gerot Rau, deutscher Maler, Grafiker, Porzellan-Illustrator und Designer Edith Egeppert, polnische Chansong-Sängerin Jan Jankiewicz, polnischer Bahnradfahrer und Sportler des Jahres 1979 Christoph Tünich, polnischer Schauspieler Karol Maliszewski, polnischer Schriftsteller und Poet Robert Wikiewicz, polnischer Schauspieler Monika Wielichowska, Politikerin, Abgeordnete des Sejm Partnerstädte Nowaruda unterhält mit folgenden Städten Partnerschaften Brumuf Kastrop-Rauxel Weilers Gemeinde Die Stadt Nowaruda ist Verwaltungssitz der Landgemeinde Nowaruda, gehört ihr aber als eigenständige Stadtgemeinde nicht an. Die Landgemeinde zählt auf einer Fläche von 139,66 Quadratkilometer 11.914 Einwohner und gliedert sich in 16 Ortsteile Badnika Bikanow Bokov Czerwin-Zütze Dwerki Zhukovic Jugo Krajanov Ludwikowice Klotzki Novavis Klotzka Prygotsche Sokolek Sokolika Virki Velodovice Volleyboards Gemeindevorsteherin ist seit 2014 Adriana Miezeevska Die Gemeinde hat ihren Sitz in der UL. Nippot-Legloschi 1,57-400 Nowaruda Verwaltung 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 Verwaltung